hallo und herzlich willkommen zu diesem neuen dieser dead video auf meinem kanal wie ihr wisst habe ich eine solaranlage und wie ihr wisst habe ich sie im januar auf 8,75 kilowatt peak erweitert was mir aber noch gefehlt hatte war der passende wechselrichter und die firma fronius deren partner ich bin hat mir gesagt warte doch noch bis zum herbst denn da kommt unser neuer gen 24 wechselrichter der hybrid wechselrichter und so lange habe ich von fronius einen gebraucht wechselrichter bekommen damit ich meine pv leistung wenigstens auch ausschöpfen kann ich war sehr gespannt und das ist tatsächlich alles als ich habe gestaunt als es ankam es ist ein paket was ungewöhnlich klein ist also ich habe hier schon einige wechselrichter in den keller geschleppt zu zweit und das ist überhaupt kein problem das ist ein sehr kompakter kleiner wechselrichter ich bin sehr gespannt wie der in meinem keller wirken wird das ist der sumo gen 24 10.0 ich bin ja kein großer experte ich habe mich gar nicht groß damit beschäftigt ich sehe es klein ich habe gehört er hat eine tolle kühlung deswegen soll er lange halten er hat einen notstrom möglichkeit eine notstrom steckdose er hat anschlussmöglichkeiten für speicher und für weitere energiequellen und was ich weiß er ist als sehr effizient getestet worden von dem institut wo professor volker quaschning ist in berlin die htv alles in allem freue ich mich natürlich bedanke mich ganz herzlich bei fronius dass ich als einer der ersten den gen 24 ausprobieren und installieren darf deswegen seht ihr auch hier oben werbung eingeblendet ja und jetzt warte ich hier auf den michael den ihr schon aus anderen videos kennt der mir diese solaranlage installieren wird da ist er schon was hast du dabei guck mal hast du schon einen installiert ist glaube ich auch der erste den mann also einer der ersten die überhaupt installiert werden natürlich haben wir mundschutz allerdings wenn wir hier unten gut durchlüften brauchen das glaube ich nicht unbedingt und immer schön abstand einhalten und jetzt kommt das ding runter noch nicht muss erst alle schrauben lösen alle stecker lösen alles raus machen und dann schraube ich ihn von der wand die letzte schraube da geht dahin der alte macht platz für die neue generation den schicke ich übrigens wieder zurück den hatte mir fronius nur für die zwischenzeit ausgeliehen und jetzt habe ich einen neuen bekommen und den packen wir jetzt wahrscheinlich wir packen jetzt den neuen aus ist es okay den alten konnten wir nicht alleine tragen du erinnerst dich das ist ein unboxing nennt man das aber jetzt übrigens was du gerade machst so dass das schöne stück sieht irgendwie ziemlich kompakt aus und irgendwie sieht er bisschen futuristisch aus hier mit seinem riesen propeller jetzt müssen wir nochmal zurückspulen denn da hat was noch nicht ganz gestimmt beim auspacken wenn man hier aufmacht dann liegt da normalerweise die wandhalterung und da ist ja auch schon ja dank dem fronius laser dienst sofort angekommen und jetzt sind wir mal gespannt das sind wahrscheinlich nicht dieselben löcher wie bei der wie beim alten wechselrichter oder schauen wir mal ein loch passt dann würde ich mal sagen bohr mal schön okay so wie sieht es denn hier aus guck mal da das ist nämlich hier so eine besonderheit der pv point das erkläre ich euch später noch mal genauer aber da haben wir praktisch eine steckdose auf der strom kommt sogar wenn der strom ausfällt aber ansonsten sieht das doch schon ganz gut aus hier oder michael bist du zuversichtlich ja 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 ich finde ja eigentlich dass diese turbine da hinten sich ganz gut macht im keller vielleicht kann man den deckel auch auf lassen ich weiß es nicht du hast jetzt die zwei stränge der solaranlage angeschlossen du hast die zwei smart meter angeschlossen du hast den pv point angeschlossen den speicher haben wir noch nicht den aber nicht angeschlossen das windrad im garten könnten wir auch noch anschließen haben aber auch nicht angeschlossen schön gummigedichtet dass es auch masserdicht ist falls es mal überschwemmungen gibt sudele schick ich finde dass es schön aussieht ja wie ihr seht da hängt er schon der neue wechselrichter und der michael ist fleißig am tippen denn es gilt mit einer speziellen app ihn jetzt einzurichten und ja wir werden uns jetzt mal durch ein paar seiten von dieser app durchkämpfen und hoffentlich dann hinterher einen laufenden wechselrichter haben ja und ich habe mir gedacht ich will noch ein bisschen mehr wissen was hat es eigentlich mit diesem fronius gen oder gen 24 auf sich und da frage ich doch am besten bei fronius direkt und habe jetzt hier den jürgen weber von fronius hallo herr weber hallo was machen sie denn bei fronius ich bin ja als technischer berater unterwegs und betreue seit zehn jahren die gebiete grob gesagt nordrhein-westfalen hessen und rheinland-pfalz im außendienst und wie heißt das ding jetzt gen oder gen beide varianten sind möglich gen oder gen 24 steht einfach als abkürzung für generation 24 oder generation 24 ist bei uns so dieses motto ja 24 stunden sonne ist möglich warum hat es so einen großen lüfter vereinfacht gesagt die kühler ein elektrisches bauteil umso länger haben sie was von dem wechselrichter ein zweiter effekt ist dann noch die wechselrichter gehen ab einer bestimmten temperatur in ein sogenanntes die rating verhalten das heißt wenn die temperatur an bestimmten punkt überschreitet verringert der wechselrichter seine leistung allmählich und je kühler die bauteile umso später geschieht das und unser wechselrichter geht erst zum beispiel ab 45 grad ins die rating andere wechselrichter gehen natürlich dann schon ab ca 30 grad ins die rating die htw berlin glaube ich hat ja wechselrichter getestet und da hat der gen 24 irgendwie habe ich nachher hervorragende effizienz bewiesen ja liegt es zum beispiel an diesem lüfter oder woran liegt das noch natürlich spielen die einzelnen verschiedenen features eine sehr sehr große rolle aber das kommt ja aufs gesamtkonzept an und der gen 24 sage ich jetzt ja als erster wechselrichter in kooperation mit der byd batterie diesen höchsten system effizienzgrad von 94 prozent erreicht werde ich davon jetzt auch was spüren obwohl ich keinen byd speicher habe dass der besonders effizient ist wie wird sich das bei mir auswirken der jahresertrag dürfte höher sein weil die effizienz einfach größer ist als bei anderen systemen bei diesem spi also bei diesem durchgeführten test von der htw werden die systeme unter bestimmten voraussetzungen miteinander verglichen und so kann man sagen das stärkste system unser fronius system bei einem jahresertrag theoretisch von 10.000 kilowattstunden hat eine minderleistung von 470 kilowattstunden ungefähr und das schlechteste system was getestet wurde liegt ungefähr bei 1070 kilowattstunden also ein unterschied von 600 kilowattstunden die sie natürlich dann auch aus dem netz beziehen müssen jetzt haben wir schon gesagt kompakt das habe ich festgestellt der lüfter wofür er da ist dieser schöne wirkungsgrad oder die effizienz was sind denn noch so die weiteren zwei entscheidenden merkmale die jetzt diese neue generation von wechselrichter ich würde sagen es ist auf jeden fall die die flexibilität die das gerät bietet es hat ein integriertes schatten management es kommt praktisch mit jedem dach zu recht zwei sehr sehr leistungsstarke mpp tracker und der zweite wichtigste punkt notstrom das gerät bietet zwei varianten an notstrom einmal kostenlosen tv point da haben sie einen kleinen notstrom in anführungszeichen es wird eine steckdose aus dem gerät rausgezogen dass diese eine steckdose die ich jetzt habe wo ich praktisch wenn der strom ausfallen würde und die sonne scheint trotzdem noch strom hätte und das sogar in ihrem fall dann ohne batterie und wenn ich ein bisschen dafür ausgeben möchte habe ich den sehr leistungsstarken full backup so genanntes full backup system mit bis zu 10 kw echtem drehstrom wenn ich einen speicher eben angeschlossen habt dann genau er klingt gut sieht schön aus bedanke mich schon mal für das irgendwie ist mein keller jetzt nicht mehr schön genug für diesen gen 24 ich habe hier eine lampe vorbereitet die stecke jetzt mal hier ein das experiment wäre dass ich nachher den strom vom wechselrichter wegnehmen also die stromversorgung so dass nur noch der wechselrichter an ist und solar strom von oben vom dach kriegt und dann müsste nach 60 sekunden der pv point aktiviert werden und dann müsste das lämpchen angehen das probieren wir jetzt gleich aus ihr seht dass momentan strom erzeugt 6,45 kilowatt davon geht das meiste an die stadt hier ist der pv point gfi dose ist aktiviert daran hängt eine lampe der wechselrichter ist am worken und nun schalten wir das haus ab so der wechselrichter merkt dass kein strom mehr da ist und geht auf gelb das rote rechts zeigt uns jetzt dass kein kontakt zum lan oder wlan mehr vorhanden ist und wir sind gespannt jetzt hat es ein bisschen geknackt es leuchtet und blinkt grün klackt und knackt noch mehr habt ihr das gesehen die lampe ist von allein angegangen hier ist die orange diode die zeigt dass wir einen notstrom haben genial es hat funktioniert so könnte ich bei einem stromausfall bis zu 3000 watt praktisch über diese eine dose beziehen um zum beispiel ein kühlgerät zu betreiben oder die nötigsten geräte am laufen zu halten jetzt hängt das ding vielen vielen dank ja ich bin gespannt wie das ding funktioniert und wenn mal der strom ausfällt und du brauchst einen kaffee dann kommst du mir ich habe jetzt so eine notstrom dose vielen dank also tschüss michael ja ich hoffe euch hat dieses video gefallen und ihr seid auch nächstes mal wieder dabei ja diese ok ich habe einfach mal gleich abmoderiert dann habe ich das auch schon von meiner seite aus ich brauche nicht mehr